Afrika Allein das Wort löst bei den meisten reflexartig Beklemmung aus. Überhaupt, in Afrika sind die politischen Verhältnisse verheerend. Jeder Mensch ist kostbar. Es sind Menschen, die diese Welt verändern können. Ab heute ist ein Menschenleben grundsätzlich mehr wert als ein Cocktail. Ein Mädchen ist immer schlimmer dran. Nächstenliebe ist keine schwärmerische Erlösungsfantasie. Sie ist konkret. Hoffnung, Liebe, jetzt! Das ist ein Spendenaufruf! Das ist ein Spendenaufruf!